Ein Abwehrfehler von Nicastro und Müller, der Kölner Mittelstürmer hat Glück vom Pfostensprung der Ball ins Netz zum 2-0. Ein Auftakt, so ganz nach dem Geschmack der etwa 8000 Kölner Fans, die bei nasskaltem Wetter gekommen waren. Vorlage Löhr, im Fallen ein Kopfball von Müller, 7-0 der Hauptzeitstand. Mindestens bei drei Toren war Quasten nicht schuldlos. 7-0 im...